Hallo mein Freund! Hey Schnitte, bist du schon belegt? Also... Hey Pralide! You're so funny, man! Lass uns die verdammt jetzt! Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem... Hey Rebe! Oh ja... Was geht Bruder? Was geht bei dir? Ja, nice. Ich will es nicht hören. Wenn du stirbst, mache ich das an! Hallo? Hallo? Halt's waaah! Hör doch auf damit! Also Leute! Ich bringe heute... Ich bringe heute lieben Alfa... Was klar! Ja... Ich bringe heute... Hör auf! Ich bringe heute lieben Alfa Stein... Alfa Stein! Genau, dem bringe ich heute nämlich Fortnite bei, meine Freunde. Alfa Popo! Alfa Popo! Boah, ich kann es jetzt schon wieder nicht ertragen! Okay Stein, pass auf! Also... Ich möchte dir heute die Grundzugewonnen Fortnite erklären! Ich will nein! Wichtig ist, dass du jetzt erstmal anfangs ein bisschen Material farmst! Okay? Genau! Was? Oh Mann, Alter! Stein, ich habe einen Schutztrang für dich! Komm her! Nimm den... Nein, 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 nein! Gib den großen Schutztrang zurück! Gib den großen... Du verdammter Idi... Ahhhh! Schliff, schliff, schliff! Da kommt jemand! Der ist gerade über uns! Wo soll ich lenzen? Hab einen! Schluck vor der Son! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! So, hier war einer! Ja, das war... Das war meiner, den hab ich gerade... Jaja... Sind hier doch Gegner? Bin ich Kugel oder die Wife? Äh... Ich weiß es nicht, also... Wir pushen jetzt genau das Haus gegenüber... Komm, wir gehen hier nach links... So, und da unten wird nämlich schon geschossen... Komm mal direkt vor uns jetzt, siehst du? Den, den! Ich bin Ben! Ja, ich hab den auch gesehen... Sehr gut Stein! Sehr gut Stein! Nicht da reinlaufen, da ist ne Falle drin, ne? Du bist so... Das ist nicht dein Gottverdammter Ernst, oder? Deine Schuld! Pass auf! Er kommt zu mir! Und jetzt heil mich! Los! Da ist noch einer! Ich hab immer noch keine Freundin! Mach dich bereit! Ich will dir auch keine Freundin suchen! Ich will dir Fortnite beibringen! Mach dich bereit! Ich will aber eine Freundin! Drück bitte auf! Ich bin bereit! Bitte einfach... Vielleicht solltest du wirklich darüber nachdenken... Eventuell nicht unbedingt in Fortnite... Vielleicht dir nicht unbedingt in Fortnite eine Freundin zu suchen... Es gibt doch sicherlich noch andere Plattformen, die sich dafür deutlich besser eignen... Ah! Zum Beispiel die Gomme Lobby, oder weiß ich irgendwas, okay? Okay! Sehr gut, danke schön! Also, möchtest du jetzt lernen, wie man anständig Fortnite spielt, oder nicht? Perfekt! Das hab ich mir gedacht! Ohhhh! Hör auf! Hehe! Alphastein! Alpa-popo! Alphapopo! Hör auf! Alphapopo! Hör auf! Hör auf jetzt, Mann! Hör auf! Hör auf! Hör auf! User left your channel! Hör auf! Ich hasse es! User was moved to your channel! Okay, Stein! Pass auf! Du schaust dir jetzt einfach an, wie ich spiele und du lernst dabei, okay? Du lernst einfach von mir! Was hältst du davon? Guck mal! 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 Okay, Stein. Siehst du jetzt, was ich meine? Wie man anständig Fortnite spielt, verstehst du langsam, was ich dir sagen möchte. Hör auf damit. Okay, Stein. Pass auf. Siehst du ungefähr, was ich jetzt meine? Wie man anständig spielt? Indem man immer wieder pusht und sich dann wieder leicht zurückzieht. Okay, Stein? Das ist nicht schwer. Verstehst du, was ich meine? Das schaffst du auch. Stein, ich glaube fest an dich, dass du gemeinsam mit meiner Hilfe auch irgendwann ein Fortnite-Spieler bist. Der extrem gut ist, okay? Extrem gut, Stein. Ich bringe dir alles bei, was ich weiß, okay? Okay. Hallo? Hallo? Sprecht ihr Deutsch? Ja, ja. Das ist super. Ein Hitler. Ähm, nein, das ist nicht Deutsch. Ach, Entschuldigung. Wo kommst du her? Schweig, reif und essen. Bitte was? Ich liebe Kartoffeln. Ich liebe auch Kartoffeln. Ich liebe dich. Ich liebe dich nicht. Oh, Stein, ich glaube, du hast gerade einen Korb bekommen. Sind wir Freunde? Ja. Sehr gut. Mir auch. Ich mag dich. Es war einfach. Ich gebe es auf. Ich habe keine Lust mehr. Stein, ich vertraue da auf dich. Guck mal, der Typ ist Französer. Nein, das ist das Video jetzt beendet. Nein, wir beenden das Video jetzt nicht, Stein. Ach. Nein, wir versuchen das jetzt weiterhin. Ich habe gerade... Medikit. Do you want my Medikit or no? Yes, please. I have one HP. I want to make bread. I like bread. And cheese. French cheese. French cheese is a gift. French cheese gift. Stein, ich glaube nicht, dass die das verstehen. Do you know? Love your voice, man. Yeah, it's... He has an amazing voice. You share your heart. Stein, ich weiß echt nicht, ob das eine gute Idee ist. Do you understand? Good place. Oh, that hurt. Okay, guys, you want to win with? Do you want to win with your heart? Yes. Yes. Do you want to win with your heart? What? Hey, why you don't understand me? Du hast gesagt, ich heiße dein Herz. Because your accent is so shitty. Your accent is shit too. Hör auf, Stein, bitte. Lass doch die Leute in Ruhe. Lass doch einfach die Leute in Ruhe. I can't speak English properly. Hey, I love French. Cheese and bread. I'm French. I can't speak English. That's right. We can make bread together. Stein. You know my address. Come to me. I guess he wants to invite you to make bread with him. Come to me, please. Bread sex is bad. Best sex. He didn't mention sex at all. It was just about making bread. Put your cheese in my bread, please. You guys understand what he says? I guess he's looking for my address. Yeah. Yeah, you know. That's right. Yeah, give it to him. He wants to meet you. Okay, come to Paris. Cheese Avenue. Okay, then machen wir Brot, okay? Okay? Okay. Okay, guys. I got a jump pad. Come up here. Oh, nice. Where do we go? Where do we go? Oh! Ah! 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 Tag Nummer 2 mit Alphastein. Ah! Bist du bereit mit mir endlich zu lernen, wie man anständig Fortnite spielt? Ja, genau! Ja, genau! Ja, genau! Komm, wir fliegen nach Tilted Towers, gehen dahin, rasieren kurz durchsteigen und in der nächsten Runde, wer weiß, vielleicht hast du ja dann endlich die Möglichkeit, eine Freundin zu finden. Okay, ich sag dir... Guter Witz! Was für guter Witz! Glaubst du nicht, dass du eine Freundin bei Fortnite findest? Nein! Warum denn nicht? Ich muss auch wissen, wie die aussieht! Das ist doch egal! Es geht doch hier nicht... Es geht doch erstmal darum, überhaupt jemanden zu haben, der vielleicht Interesse an einem hat. Weißt du, was ich meine? Ja! Ja! Ja, also, vielleicht findest du ja doch noch jemanden. Es ist... Aber kennst du das Sprichwort, lieber auf den ersten Klick? Ja, aber das kann ja auch lieber auf den ersten Klick sein, weil ihr euch ja im Internet kennen gelernt habt. Verstehst du? Ich hab ein Kill! Was hast du? Ein Kill! Du hast ein Kill gemacht? Ein, zwei! Hallo? 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 Was geht? Hallo, mein Freund! Kann jemand Deutsch hier? Ja! Wir sprechen Deutsch! Wunder, was geht? Stein, ich glaub nicht, dass das die... Was? Das ist mein Cousin. Ähm, Stein, es wär glaub ich wirklich angebracht, wenn du diesen Leuten vielleicht die Möglichkeit skippst. Also... Hey Pralide! Du bist so funny, man! Du bist so funny, man! Ähm, Stein, konzentrier dich doch lieber aufs Spiel als auf die Partner. Ich glaub, das wär in dem Fall das Richtige. Ich liebe dich! Wo bist du denn? Dänemark! Dänemark! Ich komme aus Dänemark, Stein! 20 Minuten später! Guck mal, da ist Jessica Stein! Jetzt ist deine Chance! Jessica! Hallo, man! Hallo, man! Hallo, man! Sunderfucker! Ähm... Zwei Stunden später! Okay, Stein, aufgrund der letzten Vorkommnis und der Fakt, dass du immer durchgehend versuchst, eine Freundin in den Fortnite zu finden und dir von mir alleine nichts beiruhen lassen willst. Wir versuchen jetzt mit Petrit einfach einen Win zu holen, Stein, und dann werde ich... Hey, Petrit? Ja, mit Petrit, ganz genau! Ja, ich stehe! Petrit, ich habe versucht, Alphastein durchgehend Fortnite beizubringen! Und der Typ hat nur versucht, mit schlechten Anmarschungen sich irgendwelche Frauen in einem Kinderspiel zu organisieren! Bist du leidig? Petrit, pass auf! Wir spielen das jetzt zu dritt! Bist du leidig? Nur weil du es nicht kann! Ganz genau, weil ich es nicht kann! Wir spielen das jetzt... Patrick, mach dich bereit! Wir spielen das jetzt zu dritt! Ja, ruhig! Wir bringen... Wir bringen Alphastein... Ich habe es gar nicht vermisst! Wir bringen Alphastein jetzt dabei, wie man Fortnite spielt, holen einen Gottverdammten Win und dann ist gut! Dann werde ich nie wieder mit dir spielen! Es macht mich fertig! Ja, Petrit, nie wieder! Die letzten 200 Games, die ich mit Alphastein gespielt habe, waren nur sein autistisches Rumgeschrei und das Droppen von irgendwelchen Anmarschbrüchen und dem gebrochensten Englisch, was ich jemals in meinem ganzen Leben gesagt habe! Was? Wieso bist du salty? Brück dich! Petrit, wir stellen jetzt keine Fragen mehr, sondern wir wollen einfach diesen Gottverdammten Win, damit ich dieses Kapitel Alphastein in Fortnite ein für alle Male abschließen kann, okay? Was willst du von mir? Ich will meine Ruhe! Ich möchte meine Gottverdammte Ruhe, Alphastein! Mehr will ich nicht! Ich will einfach nur in Ruhe leben können, ohne dich! Einer ist Big Bang! Okay, ich! Einer down! Seine Mates müssten... Seine Mates kommen, seine Mates kommen aus dem blauen Haus heraus! Hab ihn down! Er ist ein Spieler, er ist ein Spieler! No joke! Der ist rausgefallen! Hab ihn! Seine Mates hinter mir! Hab ihn down, hab ihn down! Digga, ich habe halt keine Munition! Alles gut, alles gut! Oh mein Gott, ich bin gelockt worden, Petra! Ich bin gesniped worden! Ich bin gesniped worden! Ich bin gesniped worden! Alphastein! Du machst das jetzt echt gut! Du hast zwar noch keinen Kill, aber du bist immer noch am Leben, Alphastein! Das ist das, was zählt! Unter uns hat eine Falle gebaut! Mal Edit Kill, schau! Wir machen jetzt Edit Kill, schau! Hast du ihn gesehen? Hab ihn! Ja, du klaust alles, Digga! Das war mein krasser Play! Ist nicht schlimm! Ist nicht schlimm! Nimm dir hier die Waffe! Ach, hinter dir! Sicher im Ciao Kakao! Pass auf! Ich überschätze dich nicht, ne? Fest auf den, Alphastein! Hilf Rebi! Hilf Rebi! Der wird sterben! Hab alle down! Hab alle down! Oh mein Gott! Acht Kills, Petra! Das läuft bei dir! Komm hier rein! Würdest du sagen, du bist besser als ich? Bro! Halt's Maul einfach und genieß, okay, was ich gerade getan habe! Genieß einfach, appreciate dir, was ich für dich getan habe gerade, Petra! Okay? Genieß einfach! Ich hab nicht gesagt, dass ich besser bin, als du! Ich will einfach nur dieses Kapitel Alphastein hinter mich bringen! Mehr will ich nicht! Okay, nächste Zone ist okay! Das ist der Depot? Von oben, vom Berg, oben, vom Berg, oben, vom Berg! Sollen wir pushen? Ja, von mir aus! Das ist halt gefährlich, aber... Einer down! Also ich schenke das mit dem Schilde! Noch einer down! Jetzt noch mehr! Was zum Teufel! Komm mal! Wo sind die? Er ist down, er ist down! Hab einen knocked! Nein, er hat kein Schild! Einer von denen ist down! Ja, ja! Komm, wir müssen die holen, wir müssen die holen, wir müssen die holen! Für Alphastein, für Alphastein! Oh! Wo denn? Ja, der Finish, ne? Hier, hinterm L-Gebäude, bei der Zone direkt! Down! Ja! Digga, ich bin eine f***ing Legende, Petra! Schau mich an! 12 Kills! Was willst du machen, Mann? Mach dir jetzt keinen Film, Bruder! Aber du bist besser geworden! Muss man schon... Hier ist es gar für dich? Ey, wir müssen so weit rennen! Oh mein Gott, Digga! Aber wir haben noch 40 Sekunden Zeit! Schaffen wir, schaffen wir! Komm schon, Digga, komm schon! Wir holen das Teil, wir holen das Teil noch! Für Alphastein! Okay, Petra! Ich hab Impulsgranaten, wenn du möchtest! Ich kann die Hälfte droppen, damit wir schneller fortbewegen können! Junge! Okay! Okay! Okay, wir müssen... Dusty, müssen wir uns direkt einbauen! Ich hab noch Dingens, ähm... Lagerfrau... Ich hab nur 300, äh... Bricks! Ich hab auch... Ich hab 100, äh... 129... Lol! 30 HP ist so nützlich, Mann! NEIN! Er kriegt ne Hälfte mit der Skala! Und stirbt nicht! AAAAAAAH! AAAAAH! 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 Alphastein! Das war das letzte Mal, dass ich mit dir aufgenommen habe! Mir reicht's! Mir reicht's! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Das reicht mir jetzt, Alphastein! Es tut mir leid! Es tut mir... Nein! Leute, lasst nen Daumen nach oben da! Ich will nicht mehr! Alphastein! Danke schön! Nein! Nein! Auf Wiedersehen! Tschüss Leute! Bye! Bitte! Tschüss Leute!